Guten Tag und herzlich willkommen zum Kürtelzertifikat A2. Mein Name ist Bekon und das ist meine Kollegin Elaine. Und wie heißen Sie? Und wie alt sind Sie? Ich heiße Haley. Ich bin 27 Jahre alt. Und wie heißen Sie und wie alt sind Sie? Ich bin Dury und ich bin 27 Jahre alt. Dankeschön. Diese Prüfung hat drei Teile. Sie stellen Ihrem Partner oder Ihre Partnerin Fragen zur Person und antworten ihm oder ihr. Im zweiten Teil erzählen Sie etwas über sich und Ihr Leben. Am Ende planen Sie auch etwas mit Ihrem Partner oder einer Partnerin. Wörter, Bücher und Mobiltelefon sind nicht erlaubt. Nun beginnt die Prüfung. Teil 1 ist ein Gespräch. Einer bzw. eine fragt und der bzw. die andere antwortet auf die Frage. Wir machen ein Beispiel. Wo lebt Ihre Familie? Ich wohne mit meiner Familie in München und meine Eltern wohnt in Hamburg. Nehmen Sie vier Karten. Ich fange an. Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite in einer Firma. Meine Firma liegt in Seoul. Wo wohnen Sie mit Ihrer Familie? Ich wohne in Anja mit meiner Familie. Was ist Ihr Hobby? Mein Hobby ist viel mehr Geld. Wann haben Sie Geburtstag? Am 23. Juni. Und jetzt Sie bitte. Fragen Sie. Sie haben Sie. Wie alt sind Sie? Ich bin 27 Jahre alt. Wo ist dein Wohnort? Wo ist Ihr Wohnort? Mein Wohnort ist der O. Haben Sie viel Freunde? Ich habe fünf Freunde. Was ist Ihr Lieblingsbücher? Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter. Vielen Dank. Das war Teil 1. In Teil 2 erzählen Sie etwas über sich. Und wir hören zu. Sie bekommen ein Aufgabenblatt. Wer will anfangen? Ich fange an. Wofür geben Sie Ihr Geld aus? Wohnungen. Ich wohne mit meiner Familie. Damit brauche ich eine Mitte zu zahlen. Aber mein Bruder wohnt allein. Er zahlt 400 Euro für die Mitte. Essen. Ich gehe oft mit meiner Mutter zum Supermarkt. Wir kaufen natürlich Essen und Getränke. Ich kaufe gesunde Seine ein. Aber die sind auch nicht so billig. Olaf. Mein bester Freund ist Thomas. Er wohnt in Frankreich. In diesem Urlaub versuche ich ihn. Ich benutze ein Flugzeug. Ich zahle... Ah. Dafür zahle ich aus 100 Euro. Hobbys. Mein Hobby ist schwimmen. Ich zahle jeden Monat 100 Euro. Ich schwimme jeden Tag eine Stunde. Eine Stunde. Ah. Das ist gut für meine Gesundheit. Danke. Ich habe noch eine Frage. Also, dann wie viel bezahlen Sie pro Monat für Essen? Für Essen. Ich zahle... circa 300 Euro für das Essen. Nun Sie bitte. Erzählen Sie, was machen Sie oft an Wochenende? Sport. Ich mache gerne Sport. Deshalb fahre ich mit dem Fahrrad. Sport machen ist für meine Gesundheit. In der Räu meiner Wohnung gibt es ein großer Park. Jemanden besuchen. Meine beste Freundin, Sui und neben mir. Wir gehen zusammen ins Kino oder ins Kassé. Manchmal besuche ich auch meine Großmutter. Sie wohnt in Bhutan. Familie. Am Wochenende meine Mutter sieht Filme und meine Schwester surft im Internet. Ich habe zwei Katzen. Mein Vater spielt mit meinen Katzen. Schlafen. Schlafen. Am Sonntag schlafe ich bis 13 Uhr. Danach esse ich Spätfrühstee. Zurzeit in meiner Arbeit habe ich viel zu tun. Deshalb bin ich so müde. Danke. Ich habe noch eine Frage. Was machen Sie davon am liebsten? Ich liebe Schlafen. Vielen Dank. Das war Teil 2. In Teil 3 sprechen Sie wieder mit Ihrem Partner oder Partnerin. Planen Sie etwas zusammen. Sie bekommen auf Ihren Aufgaben. Sie möchten zusammen mit einem Kollegen Wertebuch vorbereiten. Wann haben Sie beide Zeit? Werden Sie am Ende einen Termin? Guten Tag. Wollen wir am Samstag zusammen einkaufen gehen? Ich brauche ein neues Fotobuch. Kennen Sie mit mir um 12 Uhr gehen? Es tut mir leid. Um 12 Uhr gehe ich hier zur Bibliothek. Ich muss das Buch unbedingt zurückgeben. Ich habe um 13 Uhr Zeit. Und Sie? Da gehe ich leider zum Aus, weil ich Probleme mit den Sänen habe. Es tut mir weg. Wie ist es mit 14 Uhr? Jetzt lerne ich Deutsch, weil ich einen Test vorbereite. Der Unterricht endet um 16 Uhr. Um 17 Uhr habe ich Zeit. Und Sie? Ich muss groß einkaufen. Mein Bruder hat weiß Geburtstag. Deswegen planehe ich eine Party. Ich muss kurz einkaufen. Ich muss kurz einkaufen. Aber wir können uns nach dem einkaufen treffen. Ich muss kurz einkaufen. Haben Sie um 19 Uhr Zeit? Ja, ich habe um 19 Uhr Zeit. Aber ich habe nur eine Stunde. Ist das in Ordnung? Von 19 Uhr bis 21 Uhr habe ich keinen Termin. Aber warum geht es nicht bis 21 Uhr? Um 20 Uhr gehe ich mit Stefan ins Kino. Ich würde viel lieber ins Kino gehen. Wollen Sie mitkommen? Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Aber lieber nächstes Mal. Ich bin müde. Dann sehen wir uns um 19 Uhr. Ok, bis dahin. Bis dahin.